Mein Studium besteht aus zwei Teilen. Das war einmal das Studium an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenning und zum anderen die Praxisphase hier bei der Holzen Süddeutschland GmbH. Ich studiere BWL-Industrie mit dem Abschluss Bachelor of Arts. Sehr spannend finde ich den Bereich Buchhaltung. Das ist etwas, wo man sehr konzentriert eigentlich rangehen muss. Man ist von ersten Tag an mit dabei und ist sehr familiär hier. Vom Unternehmen her war das auf jeden Fall die richtige Wahl.